Tag zusammen. Kinder wissen, was ich für die Gesundheit tue? Und das sollte der auch tun. Schwarze Knoblauch. Normaler Knoblauch tut etwas sehr stinken, ist auch gut für die Arterien. Aber schwarze Knoblauch ist noch besser. Ich habe einen Gemüsemann, der Gonzalo. Hörst du am Namen? Ist Spanier, Barcelona-Fan. Gut, kann er auch nicht für. Kann ja nicht jeder allemann hier Aachen-Fan sein. Aber der hat mich dem empfohlen. Und der ist gut für die Arterien. Der ist gut gegen die freien Radikale. Und du kannst auch gut kaputt wieder fitter werden. Tschö.